Die 36-jährige Karen Gregory war gerade dabei, mit ihrem Freund David McKay zusammenzuziehen. Karen war eine temperamentvolle Frau und ein Freigeist. Im Laufe der Zeit hatte sie zahlreiche Berufe ausgeübt. Sie war Kunstlehrerin in der Grundschule, Töpferin und Barkeeperin, bevor sie schließlich als Grafikerin arbeitete. Karen liebte den Sand, die Sonne und den Tourismus und deshalb zog sie 1983 von New Hampshire nach Pinellas County, Florida, wo es ihr auch sehr gut gefiel. Karen und David lernten sich auch in Florida kennen. Sie waren beides sehr verliebt. Und so beschlossen sie, dass sie zusammenziehen wollten. Am 22. Mai 1984 zog Karen, die zuvor zusammen mit Anita Kilpatrick eine Wohnung gemietet hatte, mit ihrem Freund David McKay in ein neues Zuhause. David war zu dieser Zeit nicht in der Stadt, weil er an einer Konferenz teilnahm. Und so hatte Karen das Haus für sich alleine. Gegen 20 Uhr an diesem Abend traf sich Karen mit einer Freundin zum Abendessen in deren Haus. Karen beschrieb ihr, dass sie ihren Job und David liebte und wie schön sie ihr Leben fand. In der Zeit zwischen 12 Uhr nachts und 1 Uhr morgens am 23. Mai 1984 verließ Karen das Haus von ihr, um zu ihrer neuen Wohnung zu fahren. Kurze Zeit später hörten mindestens 16 von Karens Nachbar in einem Radius von zwei Häuserblocks einen Schrei aus ihrem Haus. Ein Nachbar beschrie diesen Schrei als kurz und qualvoll um ca. 1.15 Uhr nachts. Eine weitere Nachbarin, Glenda Harness, wohnte direkt neben Karen und David. Auch sie hatte den Schrei gehört und schaute daraufhin aus ihrem Küchenfenster. Ihr Freund, George Lewis, arbeitete, wie so oft in der Garage. Doch das Garagenlicht war aus und Glenda konnte George deshalb auch nicht sehen. Das erschreckte Glenda zwar, aber 20 Minuten später kam George ins Haus und die beiden gingen dann zu Bett. Auch die Nachbarin Marta Borkowski, die genau gegenüber wohnte, hatte ebenfalls einen Schrei gehört und dann ein Zuschlagen einer Tür. Allerdings glaubte sie nicht, dass der Schrei von einer Person stammte, die in Gefahr war. Keiner dieser Nachbarn hat die Polizei verständigt. Die Nachbarschaft hatte eine sehr aktive Nachbarschaftswache, die von George Lewis geleitet wurde, der in dieser Nacht ja in seiner Garage gearbeitet hatte. Und auch er rief nicht die Polizei. George hatte bei geöffneter Tür in seiner Garage gearbeitet, während das Radio lief. George gab an, er habe den Schrei zwar gehört, doch dieser sei sehr leise gewesen. Danach sei er ein paar Minuten auf die Straße gegangen, um sich umzusehen, habe aber nichts Verdächtiges gesehen und sei dann wieder ins Haus gegangen. Die Nachbarin Marta Borkowski hatte festgestellt, dass die Eingangstür zum Haus von David und Karen offen stand. Karen hatte einen Freund, Peter Campbell, und diesen hat sie zum Abendessen eingeladen. Aber da niemand an die Tür kam, hinterließ er eine Notiz an Davids Auto. Darauf stand, Karen und David, hallo, bin ungefähr um 19.15 Uhr vorbeigekommen, habe aber kein Lebenszeichen entdeckt. Ich habe heute Abend viel zu tun, also werde ich wahrscheinlich nicht wiederkommen, aber ich habe etwas, das ihr haben wolltet. Werde nicht zu spät zu Hause sein. Auch David versuchte, Karen von der Konferenz aus anzurufen, doch sie reagierte nicht und er fing an, sich Sorgen zu machen. Er rief Karens alte Mitbewohnerin Anita Kilpatrick und Karens Schwester an, aber auch keine von ihnen hatte Karen gesehen. Am nächsten Morgen rief David erneut bei Karen an, doch sie ging immer noch nicht ran. Also rief er bei Karens Arbeit an, wo ihm gesagt wurde, dass Karen weder am diesen noch am vorigen Tag zur Arbeit erschienen war. Daraufhin rief David seine Nachbarin Amy Bressler an und bat diese, mal bei Karen nach dem Rechten zu sehen. Amy klopfte am Seiteneingang, bekam aber keine Antwort. Dann probierte sie es an der Vordertür. Und dabei stellte sie fest, dass ein Stück Glas aus der Tür herausgebrochen war. Die Scherben lagen verstreut auf dem Boden. Durch das Fenster sah Amy in das Schlafzimmer, in dem sie ein ungemachtes Bett und die untere Hälfte eines Frauenkörpers sah, der voller getrocknetem Blut war. Sie konnte zwar das Gesicht der Frau nicht sehen, aber es handelte sich um Karen. Beim Eintreffen der Polizei waren bereits mehr als 31 Stunden vergangen, seitdem die Anwohner einen Schrei gehört hatten. Die Beamten schickten Rettungssanitäter zum Tatort, da sie nicht sicher waren, ob ein Todesfall vorlag. Möglicherweise war Karen nur gestürzt und hat sich dabei den Kopf gestoßen und blutete deswegen. Doch Karen wurde geschlagen und hatte mehrere Einstichwunden im Nacken. Außerdem war sie mit blutigen Handabdrücken übersät. Im ganzen Haus war Blut zu finden, auf den Fensterbänken, den Vorhängen, den Wänden und auf dem Teppich. Auf dem Badezimmerfließen befand sich ein nackter Fußabdruck. Da Karen kein Blut an den Füßen hatte, musste dieser Abdruck dem Mörder gehören. Karen hatte seltsamerweise ein T-Shirt an, trug aber über dem T-Shirt Unterwäsche. Anita und der Freund, der die Notiz an dem Auto angebracht hatten, Peter Campbell, identifizierten die Leiche als Karen. Anita ging später am Tag mit einem Freund in das Haus, um zu putzen. David sollte die Blutspur nicht sehen. Doch am Ende musste Anita aufhören zu putzen. Es war einfach zu schrecklich und das Blut war immer noch im Haus, als David nach Hause kam. Noch am selben Tag begann die Polizei in der Nachbarschaft zu ermitteln, um mögliche Zeugen zu befragen. Unglaublich, wie viele Leute ihre Schreie gehört hatten. Auch die Tatsache, dass Martha Borkowski die Tür vor dem Auffindener Leiche offen stehen sah, war merkwürdig. Auch der Freund von Karen, Peter Campbell, sagte, die Tür sei unverschlossen gewesen, als er an diesem Tag vorbeikam. Doch als am nächsten Tag die Polizei eintraf, war die Tür verschlossen. Der Mörder war offenbar in das Haus zurückgekehrt und hatte die Tür verschlossen. Kurz nachdem Karen aufgefunden wurde, waren die Ergebnisse ihrer Autopsie da. Sie wurde missbraucht und gefoltert. Sie hatte dutzende Stichwunden, aber die Todesursache war ein durchtrennter Hals. Die Polizei geht davon aus, dass der Mörder durch das Schlafzimmerfenster geflohen ist, weil Blut auf der Fensterbank und den Vorhängen zu finden ist. Aber sie sind sich nicht sicher, wie er in das Haus reingekommen ist. Es gab keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen. Kannte Karen den Täter und hat ihn hereingelassen? Die Polizei sammelte Fingerabdrücke und Haarproben von mindestens zehn Männern, wobei sich die Polizei von Anfang an auf zwei Hauptverdächtige konzentrierte. Der Freund von Karen und David, Peter Campbell, der die Notiz an das Auto anbrachte. Und Karens Freund David McKay. Die Polizei beginnt in der Regel immer mit den Personen, die den Opfer am nächsten stehen, und arbeitet sich dann nach außen vor. David hatte ein Alibi. Er war mehr als 1000 Kilometer entfernt auf einer Konferenz in Rhode Island. Aber die Ermittler überprüften, ob es ihm möglich gewesen wäre, einen Flug nach Florida zu nehmen, Karen zu ermorden und zum Termin der nächsten Konferenz wieder in Rhode Island zu sein. Es war zwar möglich, doch schien es nicht sehr wahrscheinlich zu sein. Zudem zeigten die Kreditkartenabrechnungen, dass er nur Tickets für einen Flug erworben hatte. David war sich gegenüber den Ermittlern nicht ganz sicher, ob etwas im Haus fehlte. Aber er glaubte, dass ein weißes Dessous aus Spitze fehlte. Er kann sich daran erinnern, dass Karen ihn gekauft hatte, aber er befand sich nicht mehr im Haus. Es gab schließlich keine Beweise, die David mit dem Verbrechen in Verbindung brachten und er wurde vom Verdacht freigesprochen. Peter Campbell war der Mann, der die Notiz an Davids Auto hinterlassen hat. Er hat Karens Leiche zusammen mit Anita identifiziert. Und während er mit der Polizei sprach, fiel Sergeant Tosi auf, dass Peter einen Kratzer an seiner Hand hatte. Der Nachbar George Lewis hatte berichtet, dass Peter diesen Zettel an Davids Auto hinterlassen hatte. Die Ermittler überlegten nun, ob Peter dies vielleicht nur getan hatte, um den Anschein der Unschuld zu erwecken. Anita und Peter fuhren zusammen nach Albany, New York, wo Karens Beerdigung stattfinden sollte. Anschließend machte Peter einen geplanten Urlaub in Boston. Sergeant Tosi rief in Albany bei Anita an und fragte sie, wo Peter sei und ob sie den Kratzer an seiner Hand bemerkt habe. Sie sagte, dass Peter in Boston sei und dass sie tatsächlich den Kratzer bemerkt habe. Und da wurde Anita klar, dass Peter unter Verdacht stand und sie erschrak über die Tatsache, dass sie gerade mit dem möglichen Mörder ihrer Freundin von Florida nach New York gereist war. Als Peter aus dem Urlaub zurückkehrte, wurde er auf dem Polizeirevier befragt. Auf der Notiz stand, dass er Karen etwas geben wollte. Und dazu sagte er, es sei eine Reggae-Kassette. Karen liebte Reggae. Peter gab an, er habe die Glasscherben nicht bemerkt, was die Polizei aber nicht wirklich glaubte. Peter war an diesem Abend mit Karen zum Abendessen verabredet und dachte, dass David dabei sein würde. Die Polizei fragte sich, ob er eventuell eine romantische Beziehung zu Karen hatte, egal ob diese unerwidert blieb oder nicht. Monate später, im Dezember 1984, nahm die Busfahrerin Mary Messerway an einer Feier teil. Während dieser Feier erzählte sie einem Polizeibeamten, dass sie Karen in jener Nacht hatte Schreien hören. Entscheidend dabei ist, dass Mary außerhalb der beiden Wohnblöcke wohnte, die die Polizei überprüfte. Und dieser Hinweis hat den ganzen Fall erst richtig aufgerollt. Die Aussage von Mary stand im Widerspruch zu dem, was der Leiter der Nachbarschaftswache und Feuerwehrmann George Lewis gegenüber der Polizei gesagt hatte. Er behauptete, dass es ein leiser Schrei war. Doch wenn Mary ihn aus so großer Entfernung hörte, kann dieser Schrei nicht leise gewesen sein. Für Sgt. Tosi war der Gedanke, dass George eventuell etwas mit dem Fall zu tun hatte, allerdings nur sehr schwer zu verdauen. Er war sein Freund. Natürlich wollte die Polizei George zu diesen neuen Informationen befragen und er stimmte auch einer Befragung zu. Doch allerdings tauchte er nicht auf dem Revier auf. Die Polizei befragte George dann im Januar erneut und führte auch einen Lügendetektortest durch. Er bestand den Test nicht. Und er beschrieb den Schrei weiterhin als leise. Doch jetzt sagte er, er habe einen großen Mann mit roten Haaren in Karens Vorgarten gesehen. Er hätte diese Info nicht früher mitgeteilt, weil er Angst hatte, da der Mann wusste, wo er wohnte. Sgt. Tosi und zwei weitere Polizeibeamte testeten George Sehvermögen bei Nacht aus der gleichen Entfernung, in der er den Mann gesehen haben will. Und aus dieser Entfernung konnte George den Mann nicht beschreiben. Im Endeffekt hat er also gelogen. Entweder gab es keinen Mann oder er war viel näher an Karens Haus, als er zugah. Und es kamen immer weitere Widersprüche ans Licht. George behauptete zunächst, er habe Karen an diesem Tag nicht gesehen. Dann aber, er habe sie am Küchenfenster beim Geschirrspülen gesehen. Sgt. Tosi suchte George weiterhin auf. Und George's Geschichten veränderten sich weiter und ergaben keinen Sinn mehr. Im März 1985 stimmte George einen weiteren Lügendetektortest zu. Jetzt sagte er nicht nur, dass er einen Eindringling gesehen, sondern auch, dass er mit diesen gesprochen habe. Nach George's Aussage drohte der Mann, ihn zu töten, wenn er jemandem erzählte, dass er ihn gesehen hatte. George hat sich in der Mordnacht in seiner Garage in seiner Auffahrt, auf der Straße und in Karens Garten aufgehalten. Und George fiel bei weiteren Lügendetektortest durch. Jetzt war George ein offizieller Verdächtiger. Der Sachverständige des Lügendetektortest fragte ihn danach, ob er Karen umgebracht oder missbraucht habe. Er leugnete jede Beteiligung. Doch der Test sagte etwas anderes. Bei George wurden Finger- und Fußabdrücke sowie Haarproben entnommen. Sgt. Tosi hatte nun ein Bild des Fußabdrucks, das er mit seinen Verdächtigen vergleichen konnte. Er übermittelte den Abdruck zusammen mit George Abdruck an einen forensischen Sachverständigen. Es war eine Übereinstimmung. Ohne Zweifel war es George sein Fußabdruck. Er hat allerdings eine neue Geschichte. Jetzt ist er doch in das Haus reingegangen. Nachdem er den Schrei gehört hatte, ging er der Sache nach und sah Karen auf den Boden des Flurs liegen. Doch als er nahe genug war, um zu sehen, dass man ihr den Hals durchtrennt hatte, geriet er in Panik und flüchtete. Die Polizei hält bestimmte Informationen zurück, um den Täter zu fassen. Informationen, die der Öffentlichkeit vorenthalten werden, weil nur der Mörder sie kennen konnte. Und das Detail, dass die Todesursache ein durchtrenter Hals war, wurde nie veröffentlicht. Und auch wenn man ihm seine Geschichte glauben wollte, so hätte er das nicht feststellen können, wenn er nur ihre Leiche angesehen hätte. Sie war blutüberströmt und selbst die Polizei konnte die Todesursache ohne Autopsie nicht feststellen. Es stellte sich heraus, dass George Louis eine Affäre mit einer Frau gehabt hatte. Diese kam zur Polizei und sagte, dass George ihr ein Geschenk gemacht hatte. Es war das fehlende weiße Dessous. Für die Frau war er zu groß, aber er hatte genau die Größe von Karen. Und Karens Freund David dachte immer, dass George etwas für Karen übrig hatte. Im März 1986, fast zwei Jahre nach dem Mord an Karen Gregory, wurde George Louis verhaftet. Er wurde wegen Mordes, Ersten Grades und Missbrauchs verurteilt. Man verurteilte ihn zu einer lebenslangen Haftstrafe. George wehrte sich mit Händen und Füßen gegen die Verurteilung. Doch George blieb bis zu seinem Tod im Jahr 2015 im Gefängnis. Er wurde 52 Jahre alt. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017